So, guten Morgen zusammen. Ich hatte ja gestern schon das Video gemacht wegen dem Emoticon. Ihr seht schon, jetzt habe ich es bekommen. Wir gehen noch mal ganz kurz auf die Seite, wo ihr das Ganze freischalten müsst. Ich erkläre euch das mal ganz kurz, ganz schnell. Also, ihr geht einfach auf die Fortnite-Seite, dann auf Neuigkeiten und da steht hier oben, ne, hier steht, geht auf die Laternenprüfung-Webseite, einfach draufgehen. Dann natürlich müsst ihr euch verifizieren, einloggen. Dann mussten wir halt gestern einen Kill machen und so konnten wir halt das Emoticon freischalten. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis das Ganze freigeschaltet wird, beziehungsweise das Ganze dann im Spiel ist. Aber ihr seht ja jetzt, bei mir ist es dann jetzt endlich mal angekommen. Ich hatte gestern auch eine Stunde gewartet, aber da kam es nicht. Gut, jetzt haben wir morgens um, keine Ahnung, Viertel nach fünf. Und jetzt ist es halt da. Ich setze mich jetzt ganz gemütlich an den Job. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze auch noch freischalten. Wenn ihr das Video jetzt direkt seht, habt ihr noch 40 Minuten Zeit. Dann fängt nämlich schon die zweite Aufgabe an. Und dazu werde ich natürlich nachher, wenn ich nach Hause komme, wieder ein Video machen und euch dann auch erklären, was ihr da machen müsst. Also in dem Sinne, haut rein. Und dann fängt das Ganze an. 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 Vielen Dank.